Musik Läuft Hmm Hmm this pretty good coffee you have here Hmm Das ist ein sehr guter Kaffee, das hier. Das ist ein sehr guter Kaffee. 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 Was ist der Kaffee? Das ist ein sehr guter Kaffee. Das ist ein sehr guter Kaffee. Von Wegände weg. Untertitelung. BR 2018 Hmm, this is pretty good coffee you have here. Actually, it's tea, but it's okay. I don't know. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 für 1.3 Millionen Dollar und du warst eine Chance auf jemanden. Das ist wirklich gut. Du konntest auf den Schrift und fühlst dich das wäre okay. Das ist eine sehr gute Kaffee, du hast hier. Er hat uns eine Voterspannung. Danke. Es war durch Screenwriting dass ich das Geschäft in einer professionell Art. However, wie ich gelernt, Filmmaking, wie ich immer noch gemacht habe, war ich nicht nach Film School. Und du warst in eine Videospie? Oh, ja. Nein, nein, nein. Für 5 Jahre. Ich habe alle die Schrift. Nicht in Richard Bardock, aber auch alles. Ich habe alles gesprochen, als ich in eine Videospie habe. Und, um... Aber die Sache ist, dass ich... Das ist eine gute Kaffee, du hast hier. 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 Sehr gut. Das ist eine gute Kaffee, du hast hier. Das ist... Das ist eine gute Kaffee, du hast hier. Das ist das... Das ist eine gute Kaffee, du hast hier. Na ja, bist du recht, klar. Das ist ein ziemlich guter Kaffee, den du hier hast. Ich weiß. Danke. Du bist willkommen. Das ist ein ziemlich guter Kaffee. Oh. Oh. There is no pretty good Kaffee you have here. Maybe next time. Mm. Mm. Now this is pretty good Kaffee. Mm. Mm. Wow. Meera. Mm. Yeah. Oh. 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 Jetzt kommt der Twist. So warten, dann fühlt er ein bisschen wohl und wird noch ein bisschen aromatisch. Danke. Das ist... Pretty good coffee you have here. Mmm. Mmm. This is pretty good coffee you have here. Mmm. 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 This is pretty good coffee you have here. Mmm. 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 Hey. This is pretty good. Among you. He's an Overall Pop tier. He's anées. By the way my brother I never own. Reth Milksko. Gleis 18 Mhhh 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 This is a pretty good coffee you have here Bye bye Ciao Ciao Das ist ein sehr guter Koffe zu haben hier. Das ist ein sehr guter Koffe zu haben hier. Das ist ein sehr guter Koffe zu haben hier. Das ist ein sehr guter Koffe zu haben hier. Das ist ein sehr guter Koffe zu haben hier. Das ist ein sehr guter Koffe zu haben hier. Das ist ein sehr guter Koffe zu haben hier. Das ist ein sehr guter Koffe. Das ist ein sehr guter Koffe zu haben hier. Das ist ein sehr guter Koffe. Das ist ein sehr guter Koffe zu haben hier. Das ist ein sehr guter Koffe zu haben hier. Das ist ein sehr guter Koffe. Das ist ein sehr guter Koffe. Das ist ein sehr guter Koffe zu haben hier. Das ist ein sehr guter Koffe. 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 Wenn Bonnie nach Hause kommt und dich hier findet mit dem Schnurrbart, dann gibt es ein Riesenproblem. Riesenproblem. Ja, dann gibt es eine Bescheidung. Bescheidung. Ich möchte nicht geschieden werden. Ich möchte dir helfen. Gerne. Aber ich möchte nicht geschieden werden deswegen. So. Sie kommen in eineinhalb Stunden nach Hause. Du hast eineinhalb Stunden Zeit. Mach was draus. Ruf einfach an die Leute, die du brauchst. Die Leute, die du brauchst. Was dauert, was dann auch ein Kappuccino zu machen? Er kommt es zu tengan. Dann cough es zu machen. Das wird auch was. Dann dein Sektorger Heilmittel. Dann packen wir sie über 40 Minuten. Dann packen wir sie hin und dann stecken. Dann packen wir sie mal kurz. Dann packen sie nicht auf. Das ist ein sehr guter Kaffee, das du hier hast. Ich war nicht anders liefer worden. Das ist ein sehr guter Kaffee, das ich hier habe. Das ist ein sehr guter Kaffee. Das ist ein sehr guter Kaffee. Das ist ein sehr guter Kaffee, ich habe hier. Das ist ein sehr guter Kaffee. 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 Moneyenehme Ski. D personally, Du hast etwas 시간 investiert. D schaust du Radio gut. Nein, es ist es, kein Problem Sorry. Gehen wir es nicht, ob das in Review Laske das in den Regeln Okay? Wie geht's weiter? Mmh, this is pretty good coffee you have here, mmh This is pretty good coffee you have here Very fatty, fuck, look it up, see, see This is pretty good coffee you have here Mmmh, this is pretty good coffee you have here You don't have to tell me how good my coffee is, I know how good my coffee is because I buy my coffee This is pretty good coffee you have here Mmmh, home is where the best coffee is Mmmh, this is pretty good coffee you have here Mmmh, this is pretty good coffee you have here Mmmh, this is pretty good coffee you have here Mmmh, this is pretty good coffee you have here Mmmh, I would love you Das ist ein ziemlich guter Oskar. Das ist ein ziemlich guter Oskar. Das ist ein ziemlich guter Oskar, das Sie hier haben. Es ist gesagt, dass sie hier ziemlich guter Oskar haben. Und mit diesem, zurück zu Ihnen, John. Das ist ein ziemlich guter Oskar, das ist ein ziemlich guter Oskar. Das ist ein ziemlich guter Oskar, das Sie hier haben. Das ist ein ziemlich guter Oskar, das Sie hier haben. This is pretty good coffee you have here. Mmm, this is pretty good coffee you have here. Mmm, this is pretty good coffee you have here. Mmm, this is pretty good coffee. Mmm, this is pretty good coffee you have here. Mmm, this is pretty good. Mmm. Mmm, this is pretty good coffee you have here. Mmm, this is pretty good coffee. Mmm, this is pretty good coffee you have here. Mmm, this is pretty good coffee you have here. Mmm, this is pretty good coffee you have here. Mmm, this is pretty good coffee you have here. Mmm, this is pretty good coffee you have here. Mmm, this is pretty good coffee. Mmm, this is pretty good coffee. Mmm, this is pretty good coffee you have here here. Mmm it has here. Mmm, this is pretty good coffee. This is pretty good coffee, don't you? Mmm, this is pretty good coffee you have here. This is pretty good coffee you have here. Mmm, this is pretty good coffee out here. Oh, how are you? Oh, I'm super fine, thank you. What are you doing here? Oh, I want to drink a coffee and I was told this is pretty good coffee they have here. You are right. This is pretty good coffee they have here. This is pretty good coffee you have here. Oh, this is pretty good coffee I have here. Oh, this is pretty good coffee. Oh, this is pretty good coffee. Oh, this is pretty good coffee you have here. This is pretty good coffee you have here. This is pretty good coffee you have here. Number three, one more time. Oh, this is pretty good coffee you have here. Oh, this is pretty good coffee you have here. Mmm. Mmmh! At least it's pretty good coffee you have here. I'm in. Sovjet-Youth ist ein Prodigy-Tek hier. Sovjet-Youth Sovjet-Youth ist ein Prodigy-Tek hier. 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 Sovjet-Youth-Youth Sovjet-Youth Sovjet-Youth Sovjet-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth-Youth- Amen. This is pretty good coffee you have in here. This is pretty good coffee you have in here. I posted on the internet that everyone can visit me on my private Facebook page. Then came Marcus. I worked with Marcus earlier on TV. He worked together. He is a cameraman and he has a project. How is this project? I have a bottle of coffee. I have a bottle of coffee. I have a bottle of coffee. What is that? Do you have a bottle of coffee? Yes, yes. This is, I think, pretty cool. Und dann drück ich auf die Nummer, dann drück ich die Nummer, dann drück ich die Nummer. Und wo kann man den fertigen Film dann angucken? Die gibt es bei YouTube irgendwie in meinem Channel. Oh, bitte, Anthony. Jetzt sehe ich es in der Kamera hier, aber in dieser oder in dieser. Ja, wie mache ich das? So, jetzt nochmal überlegen. Magst du einen Kaffee machen, weil dann überbreche ich das kurz. Nein, das passt schon. Versuch mir nochmal mit dem Licht. So geht es, das sieht man. Ah, ja, alles gut. Film ist immer wieder neu proben. Okay, und bitte. Kopf hat geschnitten. Das ist ein ziemlich guter Kaffee, den du hier hast. Und Licht ist auch angegangen. Sensationell. Tolle Idee. Gefällt mir. Dürfen wir den Film mit einem Abposten bei der Abentschaltung? Ähm, na sicher. Das ist ein ziemlich guter Kaffee, die du hier hast. Das ist ein ziemlich guter Kaffee, die du hier hast. Das ist ein ziemlich guter Kaffee. Ich bin da. Ich bin da. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist großartig, danke, 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 danke. Na super, und jetzt? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020